Herzlich Willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir und zwar habe ich mir vorgenommen einige Tipps für neue Let's Player beziehungsweise auch Let's Player mit Schwierigkeiten zu erstellen und auch weiterzugeben und zwar beginnen wir einfach mal mit der ersten Frage was ist überhaupt in Let's Play und zwar Let's Play ist eine Live-Moderierung beziehungsweise Kommentierung eines Spielgeschehens während einer Videoaufzeichnung. Hier sind einige Fragen nun, die ihr euch bevor ihr ein Projekt startet eventuell stellen solltet. Ihr lernt euch dadurch besser kennen und seht dann auch welche Sachen ihr verbessern könnt und zwar beginnen wir mit der ersten Frage und zwar wieso möchte ich überhaupt Let's Plays machen? Welche Spiele, ja schön, welche Ziele beziehungsweise Erwartungen habe ich an meine Let's Plays? Wie gehe ich mit Kritik um? Besitze ich die nötige Geduld? Habe ich das nötige Equipment und bin ich mit der Software beziehungsweise Hardware vertraut? Das sind so glaube ich, das sind so Fragen, die auch dann die Voraussetzungen für Let's Plays überhaupt sind. Wir gehen weiter und zwar auch zu einer sehr bekannten Frage welche Spiele eignen sich für ein Let's Play. Also meiner Meinung nach eignen sich Spiele, die auch eine wirkliche Story haben, sprich ein Anfang und auch ein Ende haben für Let's Plays. Wenn ihr ein Spiel aussucht sollte das auch eins sein, wo ihr viel Spaß habt, wo ihr eine gute Kenntnis dafür habt, also wenn ihr es dann nicht blind spielt, denn es ist wie gesagt sehr gut oder beziehungsweise auch sehr von Vorteil, wenn ihr viel zu erzählen habt und das habt ihr natürlich, wenn ihr das Spiel auch besser kennt, da könnt ihr euch auch einige Tipps an die ganzen Spieler, also Zuschauer weitergeben und und und. Was mir auch aufgefallen ist, dass Spieler, die selten gespielt werden, beziehungsweise auch unbekannter sind, sehr, sehr gerne in Let's Plays gesehen werden. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so, auch die Spieler aus den 90ern beziehungsweise Jahr 2000 eignen sich dafür sehr, sehr gut und die ziehen immer. Was erwartet der Zuschauer überhaupt? Also prinzipiell erwartet er Emotionen. Er möchte das ganze Geschehen auch irgendwie emotional mitbekommen. Also wenn ihr zum Beispiel bei Horrorspielen, wie gesagt, Angst zeigt, Panik zeigt, die ganzen Ratlosigkeit zeigt, wenn ihr euch, wenn ihr dann ein Rätsel gelöst habt, dass ihr Freude zeigt, also das Ganze möchte ein Zuschauer wirklich mitbekommen. Was auch sehr wichtig ist, ist auch die gute Qualität des Videos. Das heißt, Bild und Ton müssen gut miteinander synchronisiert sein. Ähm, und ja, da ist wie gesagt auch die Bearbeitung sehr wichtig der Videos. Ähm, was Zuschauer noch sehr, sehr gerne sehen, ist eben das, ähm, das laute Denken. Also sie möchten auch jeden Schritt von euch irgendwie verstehen, warum ihr zum Beispiel diesen Gang gegangen seid, warum nicht den anderen, warum ihr das gemacht habt und nicht das andere. Also teilt euren Zuschauern alles mit, was euch so durch den Kopf geht. Was auch, äh, sehr, sehr schön ist, ist wenn der Let's Player einen Witz oder einen Humor hat. Also das zieht auch immer. Ähm, und was das Ganze überhaupt haben soll, ist ein Niveau. Also, eure Videos sollten nicht unbedingt, äh, nur aus Beleidigungen bzw. Flüchen, äh, bestehen. Denn ihr müsst euch das immer so vorstellen, was wäre, wenn irgendwie tatsächlich mal euer Video im Fernsehen landen würde. Äh, würden dann, äh, würde dann das Fernsehen fast jeden Satz mit einem Beep, ähm, ja, irgendwie, äh, bearbeiten oder würde das ganze Video gesendet werden? Also das sind, das ist so eine Frage, die dann, glaube ich, das, äh, das ganze Niveau so ein bisschen, äh, erklärt. Ähm, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Ganzen und zwar zu dem Moderieren bzw. Kommentieren. Was wichtig ist, ist, dass eure Stimme klar ist, gut synchronisiert ist, dass kein Rauschen da ist. Also da müsst ihr euch da, müsst ihr euch, äh, damit auseinandersetzen, dass das Mikro bzw. Headset auch sehr gut, ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das jetzt an der Verkabelung liegt, aber das Wichtigste ist, dass kein Rauschen da ist. Ähm, spricht eure Gedanken laut aus, egal wie lächerlich das ist. Das haben wir schon in den letzten Folien so ein bisschen besprochen und zwar, dass der Zuschauer wirklich alle Gedanken mitbekommen möchte. Macht eure Let's Plays nur, wenn ihr gute Laune habt. Lacht über euch selber, wenn ihr Fehler macht. Also ihr hört selber an meinem Tutorial. Ich verspreche mich oft, ich stehe sehr oft auf der Leitung, ich finde keine Wörter, aber das ist es, genau das ist es, was die ganzen Leute gerne sehen. Sie möchten eure Macken auch mitbekommen. Was wichtig ist, sei du selbst. Macht also keine anderen Let's Player Nacht, wie zum Beispiel Hallöchen, Popürchen, wie das immer Gronkh so gerne sagt. Ähm, die Zuschauer merken das sehr, sehr schnell, äh, und da, da könnten auch dann negative Bewertungen bzw. Kommentare darauf folgen und ich glaube, das möchtet ihr nicht. Was wichtig ist, beschränkt eure Kommentare nur auf das Spiel. Die Zuschauer bzw. Zuhörer, äh, sind nicht interessiert bzw. kriegen das sowieso nicht mit, ob ihr Probleme bei euren Aufnahmen, in euren Probeaufnahmen hattet bzw. wann ihr eure Aufnahmen gemacht habt, ob es am Sonntag aus irgendeinem Grund nicht ging, weil, weil am Sonntag, keine Ahnung, irgendwas los war. Das kriegen eure Zuschauer so oder so nicht mit. Also braucht das, braucht das überhaupt nicht erwähnt zu bleiben. Ich habe das selber am Anfang gemacht, bis ich, bis ich spiele, bis mich, äh, bis mir jemand, das irgendwann mal jemand erklärt hat und mich darauf hingewiesen hat, dass das, äh, nicht so wirklich sieht. Und was wichtig ist, achtet weiterhin auf euren Wortschatz. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, womit ich auch selber Probleme hatte, war das Lampenfieber. Und zwar, ich habe die Aufnahme gestartet und dann bin ich auf der Leitung gestanden. Ich wusste nicht, was ich sagen soll und was mir dabei geholfen hat, waren eben Probeaufnahmen. Hört euch in den Probeaufnahmen selber zu, macht euch Notizen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was und wie ihr etwas verbessern könnt. Macht euch Notizen, legt dann eure Ideen, äh, auf einem Zettel nieder, ähm, legt dann diesen Zettel dann irgendwie, äh, in, der Zettel sollte auf jeden Fall in der Nähe von euch bleiben. Wenn ihr dann ein, ein Projekt wieder aufnehmt, dann, damit ihr so irgendwie, äh, auf den Zettel immer mit einem Auge so ein bisschen betrachten könnt und so, äh, führt ihr auch Idee für Idee langsam in euer Projekt ein. Und wenn ihr trotzdem weiterhin noch Probleme haben solltet, dann kommentiert das Spiel ohne aufzunehmen. Da kriegt ihr das Gefühl für das Kommentieren, denn ihr habt diesen Stress-Mikrofon hier, Aufnahme da, ihr habt das, den ganzen Stress nicht und ihr könnt euch somit nur auf eure, auf, auf das Kommentieren konzentrieren und ihr kriegt wirklich ein Gefühl dafür. Wir sind jetzt auch gleich bei der nächsten Folie und zwar bei der Frage, wie komme ich an mein Publikum. Wichtig ist, ähm, dass es gilt, also es gibt hier eine Faustregelung, die besagt, gib den anderen das, was du dir selber wünschst. Wenn du Comments haben möchtest, wenn du Abos haben möchtest, wenn du andere Bewertungen haben möchtest, äh, dann mache das auch bei den anderen Leuten. Denn mit jedem Comment verlinkt ihr sozusagen, äh, mit euren Namen, äh, euren Channel und so stoßen dann die Leute mehr und mehr auf euren Channel. Bleibt dabei immer höflich, macht keine Werbung in fremden Kanälen oder Videos und nehmt konstruktive Kritik an, denn so lernt ihr am besten, wie ihr eure Videos verbessern könnt. Äh, wenn ihr konstruktive Kritik von einem, ähm, YouTuber bekommt und ihr trotzdem Fragen habt, dann traut euch und, und stellt ihm einfach die Fragen in einer PN oder sogar direkt in eurem Kommentar. Kommen wir noch zu der letzten Folie und zwar, was mir, was noch so wichtig ist an den, an den ganzen Let's Play Projekten ist, nehmt euch Zeit für die ganze Bearbeitung. Ob das glaubt oder nicht, die Zuschauer überlegen sich manchmal, was ihr für eine Mühe hattet, zum Beispiel ein Video aufzunehmen, wenn eure Stimme wirklich präsent und klar ist, dann überlegen die automatisch, aha, der hat sich eventuell ein teures Headset gekauft oder ein, oder ein teures Mikro oder sonst irgendwas. Die, die, die überlegen, lassen ihre Fantasie spielen, was dazu geführt hat, dass euer Video so gut geworden ist. Wie schon vorhin erwähnt, schreibt euch eure Ideen immer auf und führt sie langsam in eure Projekte ein, nicht alles auf einmal. Was wichtig ist, beendet eure Projekte, ja. Ähm, was, äh, was ich schon so öfters gesehen habe, war eben, dass manche Leute mehrere Projekte starten, von jedem Projekt fünf Videos haben und dann nichts machen. Das ist so, als ob ihr ins Kino geht und nur 20 Minuten einen Film seht und dann da, da steht, weil der Film nicht weitergeht. Ähm, was wichtig ist, nach jedem Projekt beendet es mit einem Feedback. Sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, welche Emotionen es euch in euch erweckt hat. Das möchten die Zuschauer auch im Feedback mitbekommen. Und was ganz wichtig ist, zwingt euch zu nichts. Wenn ihr keinen Bock habt, an einem Tag, beziehungsweise am zweiten Tag, dritten Tag ein Let's Play zu machen, macht das auch nicht. Denn die Zuschauer werden das mitbekommen, ob ihr, wie gesagt, Spaß daran habt oder nicht. Das kriegt man in eurer Stimme, ob ihr das wollt oder nicht, immer mit. Und was wichtig ist, das führt dazu, dass ihr den Spaß weiter behält. Also macht wirklich Let's Plays nur, wenn ihr, wenn ihr gute Laune habt, wenn ihr Spaß habt. Denn das ist es, was eure Let's Player, eure Zuschauer sehen möchten so. Ähm, das war's eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt mir Comments oder eine PN. Ich freue mich sehr. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos.